Während sich die Jury schon zurückzieht, um zu werten und zu sprechen und zu diskutieren, sind du Success bei mir. Ihr freut euch noch, ihr habt es geschafft. Als allerletzte Band, wie war denn dieses Warten? Grausam! Nein, ich war so nervös, die anderen nicht, aber... Peter, du warst also total gelassen vor dem Auftritt. Ja, naja, es ging. Also, war schon okay. Wie viele Fans habt ihr mitgebracht? Könnt ihr das zählen? Es war eine ganze große Traube vor der Bühne. Leute, sagt mir was! Wie, wie seid ihr? Also, viele. Ja, sehr viele. Okay, Sonja, ich hab dich kurz vor dem Auftritt noch hinter der Bühne pirschen sehen. Du hast die Gitarren sehr, sehr spät rausgeholt. Das macht die ganze Nervosität dann noch schlimmer. Was genau war los? Ich hab meine Gitarre im Auto gelassen und dann hab ich gedacht, ach scheiße, wo sind meine Gitarren? Dann bin ich noch zum Auto gerannt. Aber hat noch geklappt. Wie war denn das Finale? Ich meine, es war sehr unerwartet. Ich weiß noch, beim letzten Vorscheid, da seid ihr weitergekommen. Dann gab's so ein bisschen Gerede online im Blog auf pop10.de. Jetzt seid ihr hier gewesen. Also, wie war dieses, sagst du, ja, wir haben das gut gemacht? Also, jetzt der Auftritt jetzt? Also, ich denke mal, wir hatten Spaß und das zählt. Und was die anderen sagen, wenn's euch nicht gefällt, selbst schuld. Theoretisch gibt's ja 14.572. Gefällt's mir bei Facebook. Okay. To Success. Wenn heute quasi ihr Plattenaufnahmen kriegt, weil die Jury sagt, ihr habt gewonnen. Was genau passiert dann? Also, ihr geht dann ins Studio, nehmt welche Songs auf? Wisst ihr das schon, was ihr damit macht? Schon mal darüber nachgedacht? Also, ich denke, da fragen wir unsere Fans, was sie hören wollen. Also, ganz interaktiv das Ganze. Okay. To Success, Sanya. Wir sehen euch alle gleich nochmal auf der Bühne wieder. Wir sind gespannt. Die Jury wird gleich entscheiden, wer gewinnt. Außerdem das Publikum. Wer sein Publikumspreiszettelchen noch nicht abgegeben hat, der hat noch gute fünf Minuten Zeit. Da am Date-Stand brummt es. Und gleich wissen wir, wer gewinnt. Die SWR Music Kids.